Die Arbeit für und mit Menschen zeichnet uns den Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes als Arbeitgeber aus. Der Blutspendedienst ist aber nicht nur Organisator von Blutspendeterminen, sondern auch zuverlässiger Logistiker, medizinisches Großlabor, pharmazeutisches Unternehmen und innovatives Forschungszentrum. Wir bieten sowohl Berufserfahrenen als auch Einsteigern ein spannendes und vielfältiges Arbeitsumfeld in der Medizin sowie Service und Organisation. Die Hilfe für kranke und verletzte Menschen steht bei uns stets im Vordergrund und gibt unseren Mitarbeitern das gute Gefühl, jeden Tag etwas Sinnvolles zu tun. Wir sind der Arbeitgeber für Ihre Zukunft. Für die Menschen in Bayern. Entdecken Sie unsere Berufswelten und finden Sie in unseren aktuellen Stellenangeboten Ihren Job für Ihre Zukunft.